Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Europäischer Gerichtshof kippt deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung. Sie verstoße im Wesentlichen gegen EU-Recht, teilte der EuGH in Luxemburg mit. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist seit 2017 ausgesetzt. Sicherheitsbehörden sehen in ihr ein Mittel zur Aufklärung von Straftaten gegen einen zu tiefen Eingriff in Freiheitsrechte. Mehr Schutz für Kinder gefordert. Familienministerin Paus und der Kinderschutzbund riefen anlässlich des Weltkindertages dazu auf, Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen. Kinderrechte müssten immer im Vordergrund stehen, an jedem Tag im Jahr, so Paus. Die Bundesregierung plane, Kinderrechte auch im Grundgesetz zu verankern. Deutsche Gasspeicher zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Trotz des russischen Lieferstopps liegen die Gasspeicher über dem von der Bundesregierung angepeilten Soll. Das geht aus Daten der europäischen Speicherbetreiber hervor. Der Füllstand gilt als entscheidend dafür, ob Deutschland ohne Gasabschaltungen durch den Winter kommt. Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt offenbar Gasumlage in Frage. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hält er es für zweifelhaft, dass die Abgabe noch rechtens wäre, falls der Energiekonzern Juniper verstaatlicht werden sollte. Die Gasumlage soll von Oktober an erhoben werden und Gasimporteure unterstützen, die in finanzielle Notlage geraten sind. Hurricane Fiona trifft auf Karibikinsel. In Puerto Rico hat extremer Regen für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt. Straßen und Wohngebiete standen unter Wasser. In der Dominikanischen Republik kam es ebenfalls zu Überflutungen. Zahlreiche Gebäude und Straßen wurden beschädigt. Dort erreichte der Wirbelsturm Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 km pro Stunde. Das Wetter heute vielfach Sonne und Wolken, im Osten gebietsweise auch Schauer und einzelne kurze Gewitter zu den Küsten hin, sowie im Südwesten länger Sonnenschein, Höchstwerte 9 bis 18 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017